Wir machen noch so einen Erdnuss-Dip, aber nicht mit Öl, sondern wieder nur mit dem Protein der Nüsse. Ja, das ist super asiatisch. Bei dir warten wir einfach, bis du wieder futtern kannst und Zucker verwenden wir auch nicht. Und Low-Fat für mich ist es auch. Also, auf jeden Fall. Also ein Gericht für alle Diäten aus dem Team Liege. Die Garmethode ist besonders schonend. Das Gemüse wird nur in Brühe gegart und das Fleisch fettarm auf dem Grill gebraten. Die Geflügelbrühe wird im Gerät erhitzt. Alle Zutaten stehen fertig geschnitten bereit. Pak-Choy, Austernpilze, mageres Hühnchen und Rindfleische, Möhren, Brokkoli und die beiden Dips. Und wie funktioniert jetzt das asiatische Fondue? Man macht sich immer ein bisschen Soße in sein Schälchen, wo man gerade Lust drauf hat. Dann schlabbert man das leer und dann kann man die nächste Soße reinmachen. Das ist ganz einfach. Ein paar Pilze mit reinschmeißen, Pak-Choy mit reinschmeißen. Komm, haut rein, Kinders!